also ich dachte schon da waren wir tatsächlich so effektiv dabei dass wir keine gegner mehr hatten in erstmal für einen moment ich könnte eigentlich mal den magierturm hinbauen so dann hältst du macht ihn hoffentlich platz so den immer mal aufwerten den magierturm schon da haben wir nämlich später den gruillen und der gruillen ist doch sehr viel wert so naja der held macht den einen erstmal komplett platz die hauen natürlich genau in dem moment ab wo der wolf kommt das ist auch dass die truppe nach einer zeit einfach verschwinden ist schon irgendwie ein bisschen unpraktisch aber nun gut sonst hätte man natürlich auch ein bisschen zu op glaube ich wenn die truppen dauerhaft bleiben würden so so dann erstmal alle wörter platt machen ja ganz genau den gruillen hin den können wir jetzt auch mal machen so ich hoffe mal das klappt jetzt besser als vorhin das war ja da schon ziemlich unpraktisch ja das hoffe ich doch dass deine klingen durstig sind ich vertraue mal darauf so der golem ist ein bisschen besser schon dann mache ich ihn gleich mal auf volles level da hält er nämlich auch was aus weil es ist noch immer ein bisschen riskant wenn man den golem quasi immer auf dem richtigen moment um leben halt wieder zu generieren das hat das ist halt dreimal so ein joker äh zweimal so ein joker den man da hat quasi damit aber so darauf zu vertrauen haben wir ja gesehen dass das auch schief gehen kann was man den noch rechtzeitig aufgewertet kriegt so ja so jetzt sind wir zumindest mal so weit gekommen schon dass wir den haben sonst hätte ich die truppen eigentlich so weit hinten hängen kann mir auch keiner sagen also das ist vielleicht auch im nachhinein betrachtet gar nicht so unpraktisch die hinten hinzusetzen boah alter das gibt es doch nicht wie also es muss ja irgendwie gehen das hat ich habe ja gesehen dass die strategie funktioniert aber irgendwie kriege ich es immer hin dass bei mir die strategien alle nicht klappen sollen ich weiß nicht warum das so ist irgendwo mache ich da immer so einen kleinen fehler der die ganze strategie kaputt macht so ungefähr den auch immer nur ich hinkriege natürlich alle anderen kriegen das irgendwie hin dass das funktioniert und wie das genau bei denen ist weiß ich nicht dass das da irgendwie so anders läuft als bei mir aber irgendwo macht es da immer diese eine stelle die alles ruiniert das ist zumindest die einzige erklärung die ich dafür jetzt hätte weil irgendwie dann muss man irgendwie den feuerregen vielleicht an einer stelle anders setzen oder sowas und dann hat man den dann im richtigen moment noch aber das ist halt immer so vorauszusehen man sagt in dem moment darf ich den genau nicht verwenden damit ich den dann irgendwie habe später weil dann genau so eine wolfshorde kommt die man dann nur mit feuerregen noch klappt kriegt das ist natürlich immer schwer zu kalkulieren gerade wenn man das nicht vollständig gespielt hat bislang weil man das ja auch natürlich nur kann wenn man vorher alles geschafft hat also diese level irgendwie es ist irgendwie faszinierend dass manche level in dem modus richtig einfach sind und andere sind da halt so schwer dass jeder kleinste fehler alles ruinieren kann weil wenn man das irgendwie mit dem ersten von diesen gewisse level vergleicht da war es ja wirklich man baut drei von den dinger hin und hat gewonnen so ungefähr war das ja aufgebaut also ist irgendwie ganz seltsam so truppen dann der held wird hoffentlich diesen kampf überleben ich mach jetzt trotzdem mal hier feuerregen drauf auch wenn es immer ein risiko ist wie wir ja gelernt haben aber gerade will man anderes machen wenn der held kurz vorm sterben ist so ungefähr dann hat man ja sonst keine wirkliche wahl das ist aber auch immer so genau am schluss dann irgendwie so eine so ein gegner hat alles kaputt machen kann oder in dem fall eine horde an gegnern so hier hat man jetzt zum beispiel die truppen stehen jetzt genau auch so dass wir zum beispiel die gegner dann auch wieder abwerfen was vorhin die ganze zeit halt nicht der fall war das ist halt auch immer entscheidend schon ja hey du gehst mal dich ein bisschen erholen dann sind wir wieder an der stelle wo wir kurz gar keine gegner haben so mal los ich brauche noch mehr blitze so dann machen wir hier jetzt wieder auf den zauberer bei dieser andere turm der bringt so ein ursprungsstadium bringt da eigentlich relativ wenig aber ja das war halt hauptsächlich weiter in der strategie die ich gesehen habe wurde der zuerst gebaut auch wenn das offenbar vielleicht nicht im hummel das beste ist was man da tun kann ja das will ich hoffen so dann machen wir hier wieder golem stellen die nach hier vorne wo er da auch kämpfen wird ja machen jetzt hier möglichst schnell den bombenhaini hin so dann hoffe ich dass wir es irgendwie jetzt schaffen diese horre dieses knäuel da aufzulösen jetzt noch mal den aufwerten ja ganz genau ja ganz genau da ja ja das war so jetzt wie ja Polem auf voller Stufe. Ja, du musst vor allem dich aus dem Kampf mal raushalten. Das ist der einzige Grund, warum ich dich da gerade weggeschickt habe. Damit du gleich nämlich lebst. So. Alter! Das gibt's doch nicht! Wie? Wie soll man das schaffen? Wenn man den Feuerregen eine Sekunde vorher macht, dann sind die vorher durch. Und so kommen sie jetzt durch. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, das Level. Und wie bei jedem Level, die Strategien, die ich finde, funktionieren einfach nicht. Oder irgendwo mache ich da genau einen Fehler, der alles wieder kaputt macht. Also da weiß ich wirklich nicht, was ich da noch machen soll. Wenn ja jede Strategie, die ich anwende, nicht funktionieren will. Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwie... Da weiß ich halt auch nicht, wie ich das schaffen soll. Da weiß ich sowieso nicht. Da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Bei den anderen Leveln klappt halt auch irgendwie gerade gar nichts mehr. Ich kann... Die hier kann ich probieren noch irgendwie, dass ich mal diesen Modus hier durchspiele für euch. Aber nun gut. Die gelten sowieso als ungefähr die schwersten Level des Spiels. Aber dass hier genau dieser Modus irgendwie so nicht funktionieren will, das ist irgendwie... Eigentlich funktioniert es so, aber irgendwie auch nicht. Also da muss ich mir irgendwas anderes mal überlegen. Da muss ich mal gucken, ob es irgendwelche alternativen Strategien gibt. Und wenn nicht, dann... Funktioniert das einfach nicht, das Level. Dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß ja auch bei dem schon nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß bei dem auch nicht den anderen Modus hier, wie ich den schaffen soll. Weil ich kann halt 20 mal die gleiche Strategie anwenden, die eigentlich funktionieren müsste, aber es nicht tut. Das macht es ja aber auch nicht. Dadurch kriege ich es aber auch nicht hin. Also dann... Ja, ich weiß auch nicht. Dann sehen wir uns irgendwie demnächst wieder. So, ich habe jetzt mal hier für das Level... Ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert, was ich mir da rausgesucht habe. Das sah schon sehr politiziert aus. Aber irgendwie im Grunde bestand es daraus. Da kommt ein Zauberer hin. Da kam... Was kam da hin? Da kam hier so ein Bogen hin. Den hat man dann auf den gemacht. Den hat man dann auf den gemacht. Gut, und da brauchen wir dann den Heini auch noch. Und da kam dann auch noch ein Zauberer hin. Den wir aber aktuell nicht aufwerten können. Das ist so das, was im Grunde da erstmal benötigt wird. Das ist ja völlig falsch, die Richtung. So, können wir jetzt hier... Ne, können wir natürlich noch nicht. So, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert, was ich mir hier rausgesucht habe. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Dann haben wir aber erstmal den Gulen. Das ist schon mal viel wert. Und den werten wir dann auch schon mal auf. Dass der ein bisschen mehr Schaden macht. Und da kommen übrigens Kasernen hin. Da kommen auch Kasernen hin. So. Held, geh mal kämpfen. So, jetzt... Das ist übrigens auch wieder ohne Held möglich. Soweit ich das da gesehen hatte. Also der Held ist ja wirklich mehr so optional in dem Fall jetzt. Ähm... So. Dann werten wir den mal auf. Und da würde ich auch gerne mal demnächst Ranken haben. Held, geh mal da kämpfen. So. Held, geh mal da kämpfen. So. Der Held wehrt sich auf. Das ist doch schon mal viel wert. Na, so hilft der mir gar nicht, wenn er... ...der sich da beschießen lässt. So, dann machen wir jetzt mal da den hin. So, der macht... ...die Trolle in fast einem Schlag immer platt. Golem, geh mal kämpfen. Äh... Da ist der Golem auch platt. Dann mache ich den auch mal ein bisschen besser, aber gleichzeitig... Ich weiß nicht, ob das mit dem Golem besser machen überhaupt nötig ist in dem Fall, aber... Da sollen, glaube ich, auch noch Truppen hin irgendwann. Und da soll dann auch irgendwann ein Zauberer mal stehen. Deswegen stelle ich die da schon mal auf. Besser ist das, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht gut, wenn ich das so mache, aber... ...man weiß ja nie. So, jetzt machen wir hier mal Ranken, dass die auch... ...fest gehalten werden, die Feinde. Held! So, äh... Können wir eigentlich auch mal besser machen. Und dann machen wir hier die Ranken besser. Ja, das hoffe ich doch sehr. So, den haben wir tot. Da sollen wir den Porter machen tatsächlich mal. Und den Todesstrahl sollen wir dann da auch noch irgendwann machen. Aber aktuell ist das, äh... Ja. Ist das ein bisschen schwer. Ja.